Ihr Derivate-Portal enniteo.de präsentiert Ihnen enniteo.tv Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von enniteo.tv. Die internationale Konjunktur steht im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung. Und welche Aspekte wir uns genau anschauen, das sehen Sie jetzt. USA, wie geht es mit der Konjunktur in den Vereinigten Staaten weiter? China, warum kommt das Wirtschaftswachstum nicht richtig in Schwung? Und EWU, warum, wann lässt der Euro-Raum die Rezession hinter sich? Darüber spreche ich nun mit Monika Bowen, Senior Economist bei der DZ Bank. Sie ist mir aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Frau Bowen. Hallo Herr Urme. Ich habe es gesagt, Thema ist heute ja die internationale Konjunktur. Beginnen wir ganz global, blicken wir auf die Weltwirtschaft zunächst. Die Weltbank, die hat gerade ihre Prognose für das weltweite Wachstum in diesem Jahr gesenkt. Wie sehen Sie denn bei der DZ Bank den aktuellen Stand der globalen Konjunktur? Und wie würden Sie die Perspektiven dann für die kommenden Monate einschätzen? Ja, also wir kommen zu ganz ähnlichen Ergebnissen wie die Ökonomen der Weltbank. Wir sehen ja seit ein paar Monaten, dass es mit der Weltwirtschaft ganz allmählich wieder aufwärts geht. Aber diese Erholung gestaltet sich doch äußerst schleppend. Das heißt mit einer sehr geringen Dynamik und mit zahlreichen Enttäuschungen und Rückschlägen. Wir glauben deshalb, dass das laufende Jahr eher ein Jahr des Übergangs wird für die Weltwirtschaft. Wir rechnen mit einem Wachstum von 3 Prozent in diesem Jahr. Das ist etwa das Wachstumsniveau, was wir auch im vergangenen Jahr gesehen haben. Im kommenden Jahr sollte sich die Weltkonjunktur dann aber normalisieren. Da erwarten wir ein Wachstum von 3,8 Prozent. Das sind reale Raten zu Kaufkraftparitäten und das deckt sich dann auch etwa mit den Prognosen der Weltbank. Wir sollten vielleicht aber an diesem Punkt auch festhalten, dass die konjunkturellen Unterschiede im Moment zwischen den einzelnen Volkswirtschaften oder Wirtschaftsräumen doch recht groß sind. Also während in den USA beispielsweise sich der Aufschwung doch schon stabilisiert, kämpfen hier in der Währungsunion doch noch zahlreiche Mitgliedsländer mit der Rezession. Ja und China, das ja eigentlich recht vielversprechend begonnen hat im letzten Jahr, da erreichen uns doch eher enttäuschende Wirtschaftsdaten. Schauen wir uns das Ganze mal im Einzelnen an. Die USA haben Sie gerade angesprochen. Für die US-Wirtschaft sind sie ja recht optimistisch. Aber bei den letzten Konjunkturdaten, da gab es ja eigentlich durchaus Schwachpunkte. Die US-Industrie beispielsweise, die ist ja geschrumpft und die Arbeitslosenquote hingegen, die ist wieder leicht gestiegen. Was werden dann Ihrer Ansicht nach denn die Antriebskräfte der US-Konjunktur in den kommenden Monaten sein? Ja, das ist richtig, was Sie sagen. Die Indikatoren waren zuletzt etwas gemischt. Wir gehen auch davon aus, dass die US-Wirtschaft im laufenden Quartal eine vorübergehende Schwächephase durchlaufen wird. Das heißt, dass sich das Wachstum momentan gegenüber dem doch recht kräftigen Jahresauftakt wieder etwas verlangsamt. Das hängt mit den automatischen Ausgabenkürzungen des Staates zusammen, die ja zum Beginn des Quartals in Kraft getreten sind. Wir meinen aber auch, dass die US-Konjunktur diese jüngsten fiskalischen Bremsmanöver doch recht gut, überraschend gut verkraftet hat. Wenn Sie sich zum Beispiel das Verbrauchervertrauen anschauen, das konnte sich zuletzt doch recht deutlich wieder verbessern, auf ein Fünfjahreshoch klettern. Also die US-Konsumenten lassen sich offensichtlich nicht dauerhaft von den Sparmaßnahmen beeindrucken. Ein ganz wichtiger Aspekt hierbei ist, dass in den Vereinigten Staaten der Häusermarkt sich wieder nachhaltig belebt. Und er wird auch die wichtigste Triebfeder in den kommenden Monaten für die US-Konjunktur sein. Die Bautätigkeit, die belebt sich schon wieder und wird dann auch den Aufschwung auf ein solides, investitionsgetragenes Fundament stellen. Und vom Bausektor sollte dann auch ein überdurchschnittlicher Beitrag für den Beschäftigungsaufbau kommen. Und das stärkt dann auch wieder das Verbrauchervertrauen. Also wir sind recht zuversichtlich, dass die US-Wirtschaft bereits in der zweiten Jahreshälfte wieder kräftiger wachsen wird. Und für das kommende Jahr können wir uns dann auch ein Wachstum von drei Prozent vorstellen. Das wäre dann der höchste Wert seit 2005. Dann schauen wir noch auf China. Da scheint die Konjunktur hingegen ja nicht so richtig in Schwung zu kommen. Sie sprachen ja auch vorhin die enttäuschenden Konjunkturdaten an. Wodan liegt das? Ja, also ich habe es eben gesagt, es begann recht vielversprechend. China war eines der ersten Länder, das eigentlich die Konjunkturwende vollzogen hat mit einer Steigerung des Wachstums zum Jahresschluss 2012. Aber seitdem tritt die Konjunktur eigentlich mehr oder weniger auf der Stelle. Wir haben zum Jahresanfang dieses Jahres eine Wachstumsverlamsammung gesehen. Und die aktuellen Konjunkturindikatoren sprechen jetzt auch nicht dafür, dass wir im laufenden Quartal eine nennenswerte Wachstumsbelebung sehen werden. Woran liegt das? Ja, zum einen läuft in China die Exportkonjunktur immer noch nicht rund. Die Belastungen kommen einerseits hier aus Europa von der schwachen Nachfrage, Aber auch die kontinuierliche Aufwertung der chinesischen Währung, des Yuan, die bremst natürlich die Exporte. Ja, und zum anderen haben wir seit einigen Monaten in Peking eine neue Führung im Amt. Und die strebt auch ganz offensichtlich eine neue Politik an. So zeichnet es sich jetzt zumindest zunehmend ab. Eine der wichtigsten Maßnahmen in letzter Zeit war das strikte Vorgehen gegen Korruption. Und das hat auch tatsächlich den Konsum zum Jahresauftakt sichtbar gebremst. Und der neue Ministerpräsident hat sich jetzt zuletzt auch ziemlich deutlich gegen neue Konjunkturpakete ausgesprochen. Und hat dabei korrekterweise auf die hohe Verschuldung der Provinzen verwiesen. Und die geht ja auch auf vorangegangene Konjunkturpakete zurück. Also es sieht ganz danach aus, als ob sich die neue Führung doch mehr der strukturellen Schwächen der chinesischen Wirtschaft jetzt annimmt. Und das ist natürlich auch grundsätzlich zu begrüßen. Denn langfristig werden sich solche Maßnahmen natürlich positiv auswirken. Aber kurzfristig können sie natürlich schon das Wachstum etwas dämpfen. Aber es sieht so aus, als ob Peking auch bereit ist, das in Kauf zu nehmen. Und damit setzt die Führung auch letztlich eine Vorgabe des laufenden Fünfjahresplans um. Nämlich beim Wachstum mehr auf Qualität, denn auf Quantität zu setzen. Ja, vor diesem Hintergrund haben wir vor ein paar Wochen schon unsere Wachstumsprognose für China gesenkt. Wir rechnen jetzt in diesem Jahr nur noch mit einem Wachstum von 8 Prozent. Das ist gegenüber dem Vorjahr etwa das gleiche Wachstumsniveau. Im kommenden Jahr dann, wenn die US-Konjunktur wieder etwas kräftiger läuft und wenn wir auch eine Erholung hier in Europa sehen, dann ist bestimmt auch mit einer höheren Wachstumsrate zu rechnen. Wir gehen dann von einem Wachstum von 8,5 Prozent aus. Ja, apropos Konjunktur in Europa, die wollen wir jetzt nochmal ansprechen. Die Wirtschaft hier in der Währungsunion befindet sich ja weiterhin in der Rezession. Die Arbeitslosigkeit steigt ja vielerorts in erschreckende Höhen, muss man sagen. Während auch viele Staaten trotzdem ja weiter den strikten Konsolidierungskurs fahren müssen. Ist denn ein Ende dieser Talfahrt absehbar? Also wir meinen schon, vielleicht sollte man bei all den Schwierigkeiten, zahlreichen Schwierigkeiten im wirtschaftlichen Umfeld doch die wenigen positiven Aspekte nicht gänzlich übersehen. Also es ist natürlich so, die Wachstumszahlen vom Jahresauftakt, die waren erwartungsgemäß schwach, aber das Tempo des Abschwungs hat sich doch in den meisten Mitgliedstaaten verlangsamt. Und wenn wir jetzt auf einige Vertrauensindikatoren schauen, zum Beispiel das Verbrauchervertrauen in der Währungsunion, das kann sich doch seit einigen Monaten kontinuierlich verbessern. Natürlich auf sehr niedrigem Niveau, aber die Verbraucher sind doch nicht mehr ganz so pessimistisch wie jetzt noch vor einem halben Jahr. Und wenn wir uns den von uns berechneten DZ-Bank-Euro-Indikator anschauen, der kann konjunkturelle Wendepunkte in der Währungsunion recht gut frühzeitig signalisieren, dann sehen wir, der ist zuletzt auf den höchsten Stand seit über einem Jahr geklettert. Also vermutlich wird die Wirtschaftsleistung im laufenden Quartal nochmals leicht sinken hier in der Währungsunion, aber für die zweite Jahreshälfte erwarten wir dann doch ein Ende des Schrumpfungsprozesses. Zum einen wird sich dann die Verbesserung in der Weltwirtschaft, allen voran in den USA, positiv vor allen Dingen auf die exportorientierten Länder wie Deutschland oder die Niederlande positiv auswirken. Zum anderen, und das betrifft dann mehr die Krisenstaaten in Südeuropa, werden die Bremseffekte dann im kommenden Jahr, die Bremseffekte der Sparpolitik, doch deutlich geringer ausfallen, als wir sie jetzt noch in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr gesehen haben. Wir sind da eigentlich ganz zuversichtlich, dass in Deutschland als der größten Volkswirtschaft im Euroraum im kommenden Jahr ein Wachstum von über zwei Prozent erreichbar ist. Damit könnte Deutschland dann auch an die Wachstumserfolge von 2010 und 2011 anknüpfen. Aber wir halten auch in den südeuropäischen Peripheriestaaten ganz leicht positive Wachstumsraten für durchaus erreichbar. Und für den gesamten Währungsraum würde sich dann ein Wachstum von gut einem Prozent im kommenden Jahr ergeben. Monika Bowen, dann besten Dank für Ihre Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Gerne, tschüss. Und zum Abschluss gibt es jetzt nochmal die Zusammenfassung dieser Sendung mithilfe der Top-Themen. USA, Wirtschaft im kommenden Jahr mit stärkstem Wachstum seit acht Jahren. China, neue Regierung, setzt beim Wachstum mehr auf Qualität denn auf Quantität. Und EWU-Rezession wird im weiteren Verlauf des Jahres überwunden. Das war NITO TV für diese Woche. Nächsten Freitag sehen wir uns aber mit einer neuen Ausgabe, wenn Sie mögen, wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Ihr Derivate-Portal NITO.de präsentierte Ihnen NITO TV NITO TV NITO TV Vielen Dank.